phoenix nachgefragt heute mit ulrike herrmann von der taz guten tag in die hauptstadt ja hallo also der bundeskanzler in afrika unterwegs heute in nigeria zunächst später dann in ghana speziell aus nigeria was muss was sollte der kanzler denn da mitbringen ja also es ist ja sehr interessant welche reihenfolge da scholz bei seiner eigenen pressekonferenz gewählt hat also der hauptpunkt ganz klar ist energie es geht um gas und es geht um die märkte für die deutschen also ganz konkret eigentlich um stromnetze in nigeria das soll siemens bauen also die wirtschaftliche kooperation steht im vordergrund am ende ist auch auf die einländerung eingegangen aus nigeria und das ist richtig dass man das eigentlich gar nicht so stark betont denn man muss sich klar machen in deutschland gibt es nur 14.000 abgelehnte asylbewerber aus nigeria das ist wirklich sehr wenig 12.000 davon kann man im augenblick nicht zurückschicken weil sie keinen pass haben und ob diese menschen aus nigeria zurückgeschickt werden oder nicht ist eigentlich völlig nebensächlich denn wir haben hier ja insgesamt eine zuwanderung letztes jahr gehabt von 640.000 menschen die wir hier auch brauchen wir brauchen ja erwerbstätige und was interessant war bei dieser thematik zum thema einwanderung ist ja dass scholz gesagt hat ja wir wollen legale einwanderung aber keine illegale einwanderung es muss einem aber klar sein dass es sich faktisch um die gleichen menschen handelt weil die menschen die nigeria verlassen kommen aus der mittelschicht sowohl als illegale einwanderer wie als legale also man muss da irgendwie da noch pragmatischer werden und sich aus meiner sicht überlegen wie man die menschen die schon hier sind aus nigeria auch hier in den arbeitsmarkt integriert ja da gibt es ja intensive diskussionen nicht nur in den reihen der ampel sondern auch darüber hinaus wann menschen dann die dann hier asyl beantragen in den arbeitsmarkt aufgenommen werden können oder sollen und wann eben nicht darum geht es sicher auch bei dem bei dem besuch von in ministerin feser heute in marokko gleich zwei tage ist sie dort so zusammen mit joachim stamp der ja für die rückführungen zuständig sein soll ist es jetzt der versuch tatsächlich noch mal ein abkommen auszuhandeln oder ist es symbolpolitik was da betrieben wird wie beurteilen sie das ja also aus meiner sicht ist das symbolpolitik also ich habe mir das noch mal angeguckt aus marokko kam letztes jahr also 2022 insgesamt 1000 ein asylbewerber davon wurden die meisten abgelehnt aber ich meine 1000 leute das ist doch eigentlich nichts wofür eine innenministerin bis nach marokko reisen muss ich glaube dass es eigentlich darum geht das wurde ja auch in ihrem beitrag angesprochen zu versuchen die migration über marokko irgendwie zu verhindern das ist aber schwierig das hat ja auch schon tunesien gezeigt also ich glaube dass der weg der europäischen union sein muss sich zu überlegen wie man die legale migration also die reguläre migration in den arbeitsmarkt besser organisiert ja es geht aber glaube ich darum sie sagen zu recht es sind nicht so viele aus marokko aber es geht ja auch um die rücknahme von intensivtätern und von straftätern und da ist marokko ja durchaus überhaupt nicht bereit menschen aufzunehmen und es ist glaube ich auch keine geringe zahl auch wenn die gesamtzahl aus marokko relativ zu vernachlässigen sind frau hermann zum schluss vielleicht noch zu einer innenpolitischen frage die uns genau vor einer woche intensiv bewegt hat sarah wagenknecht letzten montag um 10 uhr pressekonferenz zu ihrem bündnis bsw was ist denn da jetzt eigentlich daraus resultiert also gemeinsam mit neun anderen abgeordneten hat sie sofort ja am montag die linke partei verlassen was wird denn jetzt aus der linken fraktion wissen sie da irgendwas weil man hat so öffentlich gar nichts gehört im laufe der letzten woche naja was ja ganz klar ist ist wenn man da zwei parteien hat im bundestag dann ist der fraktionsstatus der linken weg dann muss man sich teilen dann hat jeder nur noch eine gruppe das hat natürlich dramatische konsequenzen weil dann die fraktionsmitarbeiter nicht mehr angestellt werden können die verlieren dann alle ihren job aber das ist unausweichlich dass man sich da trennt allerdings das hat ja die fdp gezeigt dies ja zwischendurch mal aus dem bundestag rausgeflogen man erinnert sich 2013 bis 2017 war die fdp gar nicht mehr drin und das hat jahre gedauert dann diese fraktionsmitarbeiter die damals betroffen waren irgendwie zu kündigen zu versorgen um zu sortieren und so weiter also ich glaube dass in der linkspartei da diese rein administrativen tätigkeiten die daraus resultieren dass man die frage den fraktionsstatus verliert dass das auch jahre dauernd wird was hören sie denn aus der fraktion also ich sag jetzt mal aus der restfraktion der linken wie will man denn jetzt mit dieser situation jetzt mal abgesehen von der schwierigen situation der mitarbeiter mit der politischen situation umgehen versucht man jetzt klare kante zu zeigen sieht man darin auch eine chance in der ich sag jetzt mal abwanderung von wagenknecht und den ihren also ich glaube dass die meisten in der links partei die bleiben sind heilfroh dass der konflikt vorbei ist denn das hat wie das die leute das dann auch selber so sagen es hat zwei jahre gedauert alle waren am rande des nervenzusammenbruchs durch diesen dauer konflikt und es ist ja ganz klar dass es dafür keine lösung gab also ich habe auch leute getroffen die sagen ja eigentlich hätte man sich von wagenknecht schon vor vier jahren trennen müssen schade dass wir das damals verpasst haben aber für alle ist klar diese trennung muss sein und es gibt so ein bisschen die hoffnung dass wenn man dann eben endlich wagenknecht und ihre truppe los ist dass man sich dann wieder profilieren kann auch programmatisch weiterentwickeln kann beispielsweise zum thema nato und das dann wenn die links partei da wieder so ein klares profil hat auch leute eintreten also das hat es ja sogar schon gegeben dass leute eingetreten sind kaum dass wagenknecht weg war also aus solidarität und auch um die links partei zu retten und ganz hat die links partei die hoffnung noch nicht aufgegeben dass sie ohne wagenknecht trotzdem bei der nächsten wahl über fünf prozent kommt also sozusagen auf erstehen aus ruinen würde das dann heißen für die links partei das war ulrike hermann von der taz ich sage danke für diese analysen und danke für ihre zeit ja ich danke auch